Hallo und Servus bei Moderna Landwirt. Hier ist wieder unser Wochenjournal. Und was hat sich getan? Es haben ganz viele Veranstaltungen parallel immer stattgefunden. Ob es Besuche bei Medienvertretern, bei Zeitungen, Verlage waren, ob es der Frankfurter Flughafen war. Am 3. und 2. war zum Beispiel in Marktheidenfeld eine Veranstaltung von Bürgerbauern Mittelstand unter dem Thema, wir wollen auf eigenen Beinen stehen, haben da ganz viele Vertreter von Bayerischem Bauernverband, DEHOGA, von Metzgerinnung, Brauerei, Entsorgungsunternehmen gesprochen. Und was für eine große Attraktion war, und da ganz, ganz vielen Dank nochmal an die Dorfrocker. Die haben das alles auch medial begleitet, musikalisch untermalt. Und das Video findet ihr hier. Tolle Veranstaltung. Es hätte wieder viel mehr Resonanz in den Medien stattfinden können, hat es aber leider wieder nicht. Aber deshalb, wie gesagt, findet ihr das Video hier. Am Montag feierte der FC Ingolstadt 04 sein 20-jähriges Jubiläum. Als Gast war Markus Söder anwesend. Das nahm natürlich der Mittelstand zum Anlass und besuchte auch diese Veranstaltung. Und der großen Hubkonzert hat sich dann Herr Söder bereit erklärt, mit dem Mittelstand zu reden. Das Video findet ihr hier. Es war sehr kontrovers. Es ist auch eine etwas hitzigere Diskussion entstanden. Es war aber echt klasse, dass sich Herr Söder trotzdem auch Zeit genommen hat. Und ob sich das die Politik wirklich zu Herzen nimmt, stellt sich noch raus. Was aber interessanter ist, was passiert, wenn sie sich das nicht zu Herzen nehmen? Das hat man diese Woche in Rügen gesehen. Da waren auf einmal die Regale leer, wie ihr hier sehen könnt. Am Mittwoch kam Werner für Wertschöpfung in Hannover an. Fast 3000 Kilometer hat sich Werner angetan und mit verschiedenen Politikern gesprochen. Was fordert Werner für Wertschöpfung? Unter anderem zum Beispiel die transparente Herkunftskennzeichnung steht schon seit Jahren im Raum und wird einfach nicht wahrgenommen. Zum Beispiel auch Auslaufen der Zollfreiheit für ukrainische Agrarprodukte wäre auch mal was. Was aber auch sehr wichtig wäre, wäre der Abbruch vom Freihandelsabkommen Mercosur mit Chile zum Beispiel. Alle Forderungen könnt ihr hier nochmal finden. Nochmal großen Dank an Werner, an die Freien Bauern, an LSV, dass sie diese Tour organisiert haben. Ich hoffe, Werner, dir geht's gut. Grüße. Und wie es anders gehen kann, sieht man zum Beispiel in Frankreich. Die sagen ein klares Nein zum Mercosur und zur Streichung der Agrardiesel-Teilrückvergütung. Was eigentlich schockierend ist, wenn man auch in den ausländischen Medien mal schaut, was für Schlagzeilen da herrschen. Da heißt zum Beispiel, läuft Deutschland auf Grund? Oder, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb unattraktiv geworden ist. Und dann die Debatte mit der Fleischsteuer. Da heißt auf einer Seite Wirtschaftskrise Deutschland, dass wir wahnsinnig viele Einnahmen eigentlich haben und ein Ausgabenproblem haben. Und dann erfindet man eine neue Steuer. Der, also den ganzen Hintergrund kann man echt nicht verstehen. Wir sind auch eine Landwirtschaft. Wir wollen als Gesamte gesehen werden und nicht wieder gespalten werden in Ackerbaubetriebe und Viehhaltende Betriebe. Anstatt, dass man die Agrardiesel-Teilrückvergütung lässt, erfindet man eine neue Steuer. Wem hilft die Steuer? Kleinen Familienbetrieben mit einem geringen Viehbestand, größeren Betrieben, mittelständischen Betrieben. Man weiß es nicht. Also, dass man da diese ideologische Steuer wieder erfinden muss, ist wirklich sehr, sehr fraglich. Wir stellen auch eine Umfrage auf unsere Seite. Den Link findet ihr hier. Ich würde mich sehr freuen und auch gerne, schreibt mir, was ihr davon hält, aber eine neue Steuer zu erfinden, die an den Handwerksbetrieben auch wieder schadet, der DEHOGA wieder schadet, unserem Metzgerhandwerk schadet. Ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und lassen wir uns wirklich von Ideologen bestimmen, was wir auf dem Teller bekommen. Also, ich entscheide immer noch selbst, was es bei uns gibt. Und Fleisch, dass das jetzt nicht jeden Tag ist, darüber braucht man, muss man nicht streiten. Das ist wirklich jedem selbst überlassen. Aber die Fleischsteuer ist nicht der richtige Weg. Und da wir schon bei dem Bürokratiemonster sind, diese Woche hat die Ravensburger Zeitung berichtet, das wird eine große Sache. Und zwar sollen rund 700 Freiwillige Feuerwehren die Demos unterstützen. Dabei sollen am kommenden Wochenende um 11.20 Uhr die Fahrzeuge vor das Gebäude gefahren werden. Und dann sollen sie quasi das Blaulicht und das Martinshorn einschalten und damit auch ihre Zustimmung bekunden. Jetzt kommt das Bürokratische daran. Und zwar haben einige Gemeinden und Bürgermeister dies schon untersaugt. Absolut von oben herab verboten. Was man aber nicht vergessen darf, dass gerade die Freiwilligen Feuerwehren durch den Mittelstand und die Betriebe vor Ort erhalten werden. Ob das wirklich das Richtige ist, dass man da von oben herab delegiert und wieder auf der Verbotspolitik mitreitet. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht sogar wirklich die Kameraden selbst entscheiden lassen soll. Und die sollen das abwägen, ob ja, ob nein. Andererseits hat das Innenministerium jetzt auch schon ein Schreiben verschickt. Und zwar ist der Sirenenfunktionstest nicht zulässig. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was das noch wird, weil die Kameraden dürfen auch ihre Kleidung, nichts, was Feuerwehr beinhaltet, auf die Demos gehen, außer sie sind im Dienst. Was bringt uns die nächste Woche? Ach ja, genau, gerade jetzt läuft noch im Mehring eine Veranstaltung und zwar eine Politik wie Fasching vom LSV Nordschwaben. Zu Besuch ist auch der Herr Aiwanger. Mal schauen, was da alles gesprochen wird. Am 14.2., am Aschermittwoch ist es, ist in Landshut ein Stargast und zwar da ist die Frau Ricarda Lang. Vielleicht möchtet ihr sie ja auch mal besuchen. Ebenfalls am Aschermittwoch ist in Biberach die Aschermittwochs-Demo. Und genau, falls noch Termine sind, ihr könnt uns gerne schreiben, beziehungsweise in unseren Kalender schauen, welche Veranstaltungen das noch stattfinden. Und dann sehen wir uns in alter Frische nächste Woche. Servus! 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 Vielen Dank.